Als König hat man ja das Privileg, dass man alles darf. Ich darf auch in die Zukunft schauen. Ich sehe, dass übermorgen, von heute aus gesehen, eine neue Stadt entsteht. Ich trage dazu bei, indem ich einen Quadratmeter beitrage, schenke im 100-jährigen Nicht-Bau-Recht. Das heisst, in 100 Jahren wird evaluiert, damit man es wirklich definitiv übernehmen kann. Das machen andere. Und es ist mir wichtig, dass dieser neue Staat, auch wenn ich gar nicht weiss, wie er ist, ich erkenne ihn einfach mal an. Weil jeder Staat, wenn er wirklich ein Staat sein will, schreit nach Anerkennung. Respektive vor allem die grossen Staaten, die USA, Russland, China, akzeptieren nur Staaten, die man anerkennt. Damit schützen sie sich natürlich vor Konkurrenz. Das ist jetzt so etwas Zünftisches. Irgendwo. Und ich möchte ausländisches Sägen sprechen, über diesen neuen Staat. Das machen wir in Ausländern nämlich so. Lang lebe dieses Land frei, fröhlich und spontan. Das Geld spielt keine Rolle. Tönt euch gerade verschulden anständig. Macht es wie alle anderen. Aber nehmt euch ein Volk verdammt ernst. Die Leute, die in diesem Staat sind, sind das Wichtigste. Töne? Töne. Töne. Töne.